Die OG von der Season steht kurz vor dem Ende, aber ich wollte noch eine Sache diese Season ausprobieren. Und zwar wollte ich wissen, wie viele Ranks man innerhalb einer Stunde aussteigen kann, wenn man am Ende der Season auf einem neuen Account spielt. Und ich würde sagen, wir brauchen hier gar nicht lang quatschen, ihr wisst worum es geht. Gerne aber jetzt schon mal vorher einen Daumen hoch umdalassen und falls ihr neu seid, gerne auch den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos hier auf dem Kanal verpasst. Ist ganz, ganz wichtig. Und aktuell bin ich fast jeden Tag oder alle zwei Tage auf Twitch live, deswegen seid auf jeden Fall ab sofort am Start. Ich will jeden von euch sehen, auf Twitch heiße ich dort Rubix. Und ansonsten hier das wichtigste Jungs, den Creator Code Rubixnice. Tragt ihn sehr, sehr gerne ein, würde mich extrem supporten und auch sehr, sehr freuen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt rein in die allererste Rank-Runde und mal sehen, wie viele Ranks sich innerhalb einer Stunde schafft. So, da sind wir auch schon drin in meinem zweiten Code, Jungs. Ihr seht hier meinen Namen, Rubix. Tschüss. Und hier, ohne Rang. Digga. Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal eine Runde rein. So, und jetzt hört mir zu, jetzt wird es wichtig. Und zwar erste Runde, ich starte noch nicht den Timer. Und zwar gehe ich mich jetzt kurz erstmal umbringen, damit wir auch erstmal eingerankt werden. Weil, ich glaube, wenn man noch nicht eingerankt ist, dann macht man irgendwie keine Prozente. Deswegen jetzt hier kurz einmal mich selbst umbringen. Wir wollen einfach umbringen. So, hier. Bam. Und Heidi. Nice. So, jetzt schauen wir mal, was ich eingerankt werde. Ohne Rank. Und ich bin... Silber 2. Wieso ist das so leise? Silber 2. Okay. Let's go. So, wir gehen jetzt rein. Und ich glaube, ich stand direkt tilted. Und Timer startet auch genau jetzt. Eine Stunde läuft. Ich muss jetzt einfach direkt so viele Kills um, wie möglich, direkt komplett gut rein starten. Mein Ziel ist es wirklich so, wie möglich zu kommen. Am besten so, keine Ahnung. Boah, Elite wäre krass, aber ich glaube, ist so herangesetzt. Ich glaube, Dia oder Platin ist realistisch. Ich versuche jetzt einfach. Komm. Wir klären, Junge. Mal sehen, wie viel in einer Stunde möglich ist. Jawohl. Oha. Nein. Nice. Warte. Ey. Was macht der? Jawohl. Zwei Kills, Junge. Der ist einfach falsch angeschaut. Da habe ich. Warte, noch einer. Ah, schade. Egal. Erstmal ruhen. Ich muss einfach so viele Kills um, wie möglich, Bruder. Bevor das Video hier weitergeht, noch eine sehr wichtige Game-Fuhr, Jungs. Vielleicht habt ihr es auch schon mitbekommen. Und zwar wurde mein eigener Shop rzgaming.de jetzt gestern gerestockt. Das heißt, alle unsere rz-Mousepads, die es vorher gab, in allen Größen und auch in allen Farben, sind jetzt wieder verfügbar. Und auch fünf neue Armstief-Designs sind jetzt ab sofort erhältlich. Deswegen, Jungs, checkt auf jeden Fall ab. Also schaut euch mindestens auf jeden Fall den Shop an, weil ihr versteht gar nicht, da steckt so viel Arbeit drin. Also wir haben da extrem viel Zeit rein investiert. Und ich finde, Jungs, ganz ehrlich, ich finde, der Shop ist richtig geil geworden. Und auch die ganzen Produkte sind mega gut geworden. Deswegen auf jeden Fall abchecken. Erster Link in der Videobeschreibung. Und damit würde ich sagen, gehen wir zurück in die Rank-Runde. Die werden alle schlecht sein. Das ist tot-free. Nice. Double-Pistol haben wir auch. Das ist OP-ste Waffe, Junge. Ich will gar nicht so viel Zeit verschwenden. Ich schaue mir noch kurz im Mad-Get rein. Aber ich will einfach wirklich überall rein, weil es ist komplett free, Junge. So, komm. Jawohl, nächster Kill. Was hat der jetzt hier gemacht, Bruder? Was war seine Mission? Manche Gegner muss ich nicht verstehen, ne? Aber ist auch okay. Das Silber-Lobby ist, Junge. Ist auch okay, Bruder. Das ist mir alles zu ruhig hier. Wo sind die? Hä? Ah, hier ist einer. Okay. Nice. Bruder, was machen die alle? Hä? Was ist los bei denen? Die verstehen alle das Spiel nicht. Hä? Bruder, ich sehe gar nichts. Egal, viel Kids. Ich beschwere mich nicht, Bruder. Läuft schon mal super. Hätte doch sein können, dass ich hier direkt am Anfang sterbe. Durch diesen einen Typ, der gepickert hat. Hier oben ist noch einer. Okay, der kann bauen. Was macht er? Hallo? Er will sich selber... Ja, er hat sich auch wirklich... Hä? Was ist mit den Gegnern, Bruder? Was machen die? Hä? Bruder, ich verstehe gar nichts. Jetzt haben sich zwei Leute ein bisschen selber gekillt. Was ist los bei denen? Ich sage euch ehrlich, ich verstehe ehrlich nicht, was das Ziel ist. Ich kann nicht mehr mehr reden, Bruder. Gar keine Ahnung. Der kann auch bauen, aber der checkt auch nicht, wie vorne und hinten ist. Also die Gegner sind wirklich geisteskrank komisch, ne? Das ist ja crazy, Bruder. Was das für ein Unterschied ist, ob das jetzt Armreal ist oder irgendwie Silber, Bruder. Hier ist noch einer. Wo genau aber ist jetzt die Frage, ne? Oh, ich stehe gleich selber ein Falsch an. Warte, da vorne. Er weiß auch nicht, wie Bound funktioniert. Nice. Er wollte endlich mal ohne normale Pump. Double Pistol ist so nice, ne? Vorne grabelt noch einer auf süß. Oh mein... Der ist ja schon hier. Let's go, Junge. Aufgegessen auf süß. Also bisher, Jungs, ich muss ehrlich sagen, ganz, ganz komisch. Also natürlich, ich hab schon erwartet, dass die Gegner schlechter sind, aber Bruder, was ich hier erlebe, ne? Die wissen gar nicht, wie das Spiel funktioniert. Naja, weiter geht's. Also Minimum 20 Bombs diese erste Runde muss sein, ansonsten echt cringe. Ehrlich, Quinch. Oh, Spaß, Bruder. Das muss 30 Bombs werden. Okay, Junge. Ey, ehrlich, ich hab gutes Gedingen... Äh, hier, Ud, Guts... Hä? Ich kann echt nicht heute reden, ne? Weiter, ich halte lieber meine Schnauze komplett. Und wir konzentrieren uns auf das Spiel. Hier, guck mal, kurz ein bisschen Motorrad-Action. Let's go. Ah, da vorne sehe ich noch einen Schlingel. Was macht der Bray? Den geben wir jetzt mal einen Besuch abstand. Schön hier rund. Hä? Er rät einfach weg. Er hat keine Lust mehr auf mich. Okay. Neun Kills. Wir gehen mal in Salty Spring rein, Junge. Oh, hier dicke, dicke Bitfights. Was für Bitfights? Dicke Fights. Runden irgendwo aber. Ja, Torrid in seinen Dickschädel. Nice. Ah, hier vorne sehe ich noch einen Bray. Komm her, Bro. Oh, der will Bitfights nicht mehr direkt. Oh, der kann sogar was? Bisschen. Also, bauen kann er. Ja, Bro. Reicht. Reicht. Oha. Hallo. Bruder! Also, wirklich, ne? Was ist los bei dir? Also, wow. Er bohrt ja nur hoch. Ja, okay, nehme ich. So, weiter. Hier vorne hat da doch jemanden angeschossen, dachte ich. Ich sehe aber niemanden. Naja. Ah, doch, hier vorne. Hier vorne links, Alter. Bei der Nase hat gejuckt. Wo ist er? Digga. Bruder. Mann, ich fühle mich irgendwie voll schlecht. Die Armen, Bruder. Guck mal, die wollen ihren Spaß haben. Ich mache das alles kaputt. Das ist doch nicht korrekt, ehrlich. Ich sehe eben noch genug Leute, Alter. Das kann dann wirklich fette Bombe werden, ne? Wenn ich jetzt nochmal ein paar finden würde. Ich sehe aber keine Chance. Ah, doch. Hier vorne Schüsse. Da. Perfekt. Zwei Leute. Drei Leute. Das kann wirklich jetzt... Wenn ich alle bekomme, wäre optimal, Bruder. Links. Soll ich erst auf den links gehen? Ich gehe erst auf den links. Der kann auch was. Oh. Nein. Digga, er hat mich fast getötet, ne? Sorry. Ich muss aufpassen. Ein paar Leute können hier auch was, Alter. Aber da vorne fallen die. Ich muss eigentlich direkt rein. Warte. Ich nehme kurz Special mit. Fein, nee, noch. Ich muss da rein. Ey. Das sind doch Bots, oder? Keine Ahnung, ob das Bots sind oder nicht. Aber nehme ich. 15 Kids. 11 Leute noch. Also 10 Gegner. Okay, 9 Gegner. Also 20 Bomben muss easy drin sein. Kurz den Biggie rein. So. Ja, das wird jetzt aber wirklich eine Meisterdisziplin, hier alle Gegner noch bei der Zone zu finden. 9 Leute bei der Zone, Bruder. Wie soll ich die denn finden? Niemands. Wo sind die, Alter? Kann man Willy machen mit Dings? Ich kenne das nicht. Wheelie? Geht das? Wo ist die? Wo ist die denn? Oha. Das geht ja wirklich. Noch nie Motorrad gefahren. Ich bin ehrlich. Wo ist einer? Wo? Ach, Bruder. Er ist ein Busch, ne? Was ein Typ. Wohin will er jetzt? Nein. Oha. Der kann was ein bisschen. Ich kann nicht editieren. Er steht mit in der Seilbahn. Hör auf damit. Oh. Oh mein Gott, Digga. Meine Pampfer leer. Sorry. Bruder, ich darf auch nicht hier wirklich zu, äh, Dings, also so sicher sein. Nein. Ich, nein. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, Bruder. Schau mal jetzt. War es ein Typ, ja? Ach, Digga. Das ist wirklich ein Loser, ne? Jawohl. War es ein Typ, ja? Mit seinen Granatenwerfer. Ich hasse diese Waffe. Oh, ich komme noch einer. Wo aber? Wo? Oh. Ne. Also das ist gerade nicht passiert, ne? Egal, ich gebe mir Jäger da oben. Der Typ schüttet da irgendwo oben. Ja, ich bin fast gestorben, ne? Was mache ich eigentlich? Mein Gehirn funktioniert nicht. Da. Oh, der arme Brie. Ich schwöre, er tut mir leid. Ich schwöre, er tut mir leid. Der dritte, der in dieser Runde falsch angestorben ist. Ey, Mann. Ich bin so gemein. Der dritte Brie, der einfach nichts machen konnte, ja. Die armen. Ja, und sonst so, Jungs. Geht's euch gut? Also mir geht's wunderbar. So, die letzten fünf Bries. Wo sind die? Ich sehe wieder niemanden. Das wird's. Ich chill einfach, glaube ich. Aha! Da ist ein G. Da bist du, Bro. Wie ist die Spiel mit ihm? Heidi. Ey, ich bin echt zu schlecht. Was geht da jetzt ab? Wer hat das denn gemacht, hä? Der muss ja hier irgendwo in der Nähe sein, oder nicht? Ah, da. Was geht, Bro? Hallo? Was geht? Hallo, was machst du? Was machen? Meint der doch nicht ernst, oder? Hallo? Hä? Hä? Verstehe ich nicht. Ehrlich, ich verstehe es nicht. Wieso ist sie jetzt hier in der Bananenschale? Hat der die geworfen, oder was? Ach, diese Runde zieht sich so lange. Ich verliere so viel Zeit aber auch, ne? Ne, 41 Minuten habe ich noch. 20 Minuten für diese Runde, obwohl seit 10 Jahren nur 5 Leute leben. Das kann doch nicht sein. Wo sind die alle? Ich will diese Runde jetzt benden, aber ich sehe niemanden. Ja, jetzt einer. Ach, Bruder. Also, das ist doch krass, ne? Ey, ich chipt an die Zone. Hier, hier vorne, ey. Bisschen Raketenwerfer auf sein Gesicht. Warte. Bisschen Nerven. Komm, ich muss auch mal ein bisschen Raketenwerfer spielen. Dumm. 130, so jetzt. Schaut, Jungs, schaut. Nein. Oh. Ist doch egal. Komm her, Brie. Hau rein. Ich glaube, wir machen mal. Oh. Wir machen gar nichts, weil der ist hier. So. Ey, okay, chill, Bro. Chill, chill, chill. Ich will einmal ganz schnell, weil ich habe eh keine Zeit, so. Aber ich will einmal probieren. Ey, hör doch auf. Nein. Ach, kack drauf. Ich habe keine Zeit, Bro. Heide, hau rein. Dankeschön. So, mach hin, mach hin, mach hin, mach hin. Hallo, ich will nicht mehr. Hallo? Ah, dankeschön. So. Fortfahren. Jetzt gib mir Schellergebnisse. Silber 2. Upbrank. Auf jeden Fall. Das ist wichtig. Ich höre halt einfach keine Sounds, ne? Also, Silber 3. Jetzt kommt nächste direkt. Höh. Der ist ein 22 Killwin. Nur ein Upbrank, oder was, Alter? Silber 3. Ey, ich muss schnell machen. Komm. Nächste Runde. Quick, quick, quick. Kennt ihr das? Wenn ihr direkt ready-mannt, machen wollt und 3x spammt, Alter. Genauso sieht es bei mir aus gerade. Ey, okay, perfekt. Nächste Runde. Wir haben nicht mehr viel Zeit verloren. Geht direkt los. Direkt. Ich muss eigentlich direkt rausspringen. Ich darf echt nicht viel Zeit verlieren. Ich glaube, ich gehe auch direkt Paradise. Wir brauchen kein Tilted Paradise. Ist sogar Gold, Junge. So, direkt raus. Ich darf hier für solche Sinnlosigkeiten keine Zeit verlieren. Direkt für die Kills rein, Junge. Und am besten, wir geben jetzt einfach wieder die Runde. Dann haben wir optimale Voraussetzungen, dass wir hier noch einen höheren Rank erreichen. Aber, Bruder, was ist das denn? Ich habe ein 22 Killwin Gold und ich kriege ein Uprank mit 30% dazu. Das kann doch nicht sein. Ich dachte, das ist jetzt ein Double Uprank oder so, wie in anderen Spielen wie Velo. Da geht das doch auch, oder nicht? Ich habe zwar keine Ahnung, wovon ich rede. Oh, Gold ist gar direkt. Nice. Nein. Mach keinen Scheiß, Bruder. Dankeschön. Zwei Kills. Noch eine. Warte. Was mache ich hier? Nein. Ja. Drei Kills direkt hier am Anfang, Bruder. Die denken, ich schicke oder so. Jawohl. Habe ich gerade Goldene Ska gesagt? Ich meinte, äh, hier. Goldene Ska. Hä? So, hier ist noch IG. Er hat Schild. Ich habe leider kein Schild. Jawohl. Mein Kill, Junge. Und weiter. Ich weiß nicht, ob im Paradise noch jemand ist. Ich hoffe schon. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht schon alle gekillt. Aber wäre auch gut. Dann könnte ich direkt weiter. Wir nehmen doch jetzt schnell die Drohnen mit und danach gehen wir schnell aus Paradise raus und suchen mehr Kills. Das kann eine richtig dicke Bombe werden. Also, das ist bodenlos, was ich hier für Loot bekomme. Da ist nicht mal eine goldene Waffe drin. Nichts. Nichts. P90 will ich nicht haben. Und hier? Sonnenschmutz. Oh. Ja, Junge. Okay, weiter. Aha. Wer bist du denn, Bro? Hä? Er hat auf jeden Fall kein Headset. Da bin ich mir sicher. Und da ist noch ein Bremen mit Golfkarte unterwegs. Hat auch kein Schild. Oh, nein. Ey, ich hasse manchmal Grappler. Ich weine manchmal wegen Grappler. Nein. Wieso fährt der denn weg? Ey, und diese Bäume sind genau perfekt dazwischen, dass ich den nicht anschießen kann. Und jetzt driftet der. Ich kill ihn. Ist mir egal. Schaut jetzt. Ja. Nein. Ey, Mann. Was ist sein Ziel? Ey, gerne noch ein anderer hier. Was will er? Ja, er will auch ab. Nein. Bleib hier, Bro. Ey, bitte. Mach keine Spielchen mit mir alle. Ey. Ja, okay. Bleibt hier. Korrekt. Nein. Er bleibt doch nicht hier. Mann. Ey, was ist das? Was machen die? Ich sehe ihn halt doch nicht mehr. Doch da. Ey, was machen die denn? Bleib doch hier, Bro. Ich brauche Kills, Mann. Guck mal, was er macht. Was? Ein Bre. Hallo. Was machst du denn? Einfach erst nur am Abhauen. So, weiter. Hier vorne in Retail sehe ich, glaube ich, noch ein Bre. Oh, was macht der denn für Action? Eine Banane. Komm her, Bro. Der wird noch angeschossen von jemand anderem. Von wo? Da oben. Gehen wir auch direkt hin. Ich hoffe, der haut jetzt auch nicht ab. Bist du noch hier? Ja, er ist noch hier. Korrekt. Oh. Er macht ernst. Er pusht wenigstens. So. Stabilität. Okay, weiter. Weiter, weiter. Direkt weiter. Es bockt ehrlich. Das ist schon lustig, Bruder. Man hat hier diesen Leistungsdruck. Ich habe nur noch eine halbe Stunde gleich. Eine Minute noch. Dann nur noch eine halbe Stunde. Wir haben erst zwei Runden gespielt. Beziehungsweise, wir sind noch in der zweiten. Also, ich weiß nicht, aber kann man nur drei Runden spielen in einer Stunde oder was? Ich hoffe mehr. Also, wenn ich jede Runde gewinnen sollte oder so, dann kann man ehrlich, glaube ich, nur drei oder vier Runden spielen. Ja, jetzt kommt der mit Golfkart wieder. Der Bre, der abgehauen ist vorhin. Und er haut weiter ab. Nein. Bleib hier, bitte. Nein. Ey. Danke. Ey, Adrian, ne? Der heißt fast so, wie ich. Trotzdem bist du hier am durchziehen, Bruder. So, ich rifte mal. Das muss auch eine 20-Bomb-Minimum werden. Ansonsten auch wieder enttäuscht, Junge. So, wir haben genau 29,5 Minuten nur noch Zeit. Hier vorne ist ein Typ, der riftet. Ey, das geht so schnell um, ne? Wirklich. Das ist geisteskrank. Ich muss auf jeden Fall noch so viel rausholen, wie geht's. Der macht irgendwie Jetpack Joyride, Bruder, auf Handy. Da vorne fliegt auch noch irgendein Schwanz. 25, 50, komm, mit dem pushen wir dann halt. Ey, Grappler, ne? Der kann was, glaub ich. Ey, gejoked. Der kann doch gar nichts. Was macht der? Nein, 105. Meine Nase juckt. Alles. Jawohl, er wollte sich ein Mad-Kid poppen. Rami, 8 Pro Gamer. So, okay. 11 Kills. Es sind noch 19 Gegner. Hier oben, glaub ich, oder? Oder hab ich mir das eingebildet? Doch, hier ist einer. Und der will abhauen. Nein. Das kann nicht wahr sein. Hallo, hallo, hallo. Danke. Hier ist unten noch einer. Hä, was macht der denn hier? Hallo? Also, das kann nie im Leben ein echter Gegner sein. Erklärt mir, was ihr wollt. Wenn das wirklich ein echter Gegner ist, dann hab ich den Besen gefressen, Leute, zum Frühstück. So, wer hat jetzt hier vorne geschossen? Hier oben? Ne, hier. Ah, doch. Hallo? Ja, der spielt. Das ist der Jetpack-Spieler. Mein Gehirn macht Breakdance. Da ist noch ein Brä. Der wird so abhauen, wenn ich ihn anschieße. Guckt jetzt. Ich schieße ihn an, er wird abhauen. Ich sag euch so, wie es ist. Oder er wird einfach nicht bauen können. Ich weiß auch nicht, was sein Ziel... Okay. Wo sind weitere Jungs? Seite 10 Gegner noch. Was geht ab, Bro? Alles klar bei dir? Ich hoffe, dir geht's gut. Oh, er kann was. Nein, ich hab nichts gesagt. Er kann das spielen. Ich fass es nicht. Nein. Ey. Digga, ist noch ein anderer. Der kommt auch das Spiel. Ich muss runter. Ey, ich hab keine Zeit mehr. Was ist das denn? Wie schnell geht eine Stunde um? 23 Minuten nur noch. Wen hat der Timer verarscht? Der läuft doch falsch oder so. Bruder, wie schnell? Ich bin in meiner zweiten Runde nur. Ich muss alle finden jetzt, damit die Runde schnell umgeht, Bruder. Was ist das? Ah, hier ist einer. Wichtig. Ey, die können alle nicht bauen, ne? Das ist so krass. Wieso können die alle nicht bauen? Ich glaub, die denken alle, die spielen No-Bild. Die haben sich verklickt. Mann, wo sind denn alle? Wo in Gottes Namen sind die, Bruder? Ehrlich, ich bin hier, glaub ich, seit zwei Stunden gefühlt am rumcruisen. Ich find niemanden. Tilted gehen wir nochmal rein. Ich werd hier niemanden finden, ich sag euch ehrlich. Ah, doch, da. Oh mein Gott, was macht der da? Stell hoch. Ey. Der killt mich jetzt so am Ende noch oder so. Dankeschön. Ja, wir haben ja eh Zeit, deswegen gönne ich mir auf Süßmann Jagger. So. Oh, ich hab gesnipet, Alter. Was will er jetzt? Warte, ich mach jetzt mal ein Pad auf dich, Bruder. Warte, wir machen so und jetzt so und jetzt besuch ich dich mal, Bro. Ja, oder du haust einfach ab. Das find ich aber jetzt nicht so korrekt, Bro. Erst snipst du mich und jetzt willst du abhauen. Dankeschön. So, wieder der letzte. 20 Kills haben wir voll gemacht. Ein Bray fehlt noch, das heißt, 21 Killwin, wenn ich ihn jetzt hole. Bruder, ich hab keine Zeit, ich muss dich jetzt finden, bitte. Zeig dich einfach. Lass mich hier die Runde benden. Von mir aus holen mich, ist mir so egal. Aber komm einfach, bitte, zeig dich. Ich jump hätte hier nochmal schön. Er kann halt wirklich überall versteckt sein. Er könnte einfach hier in diesem Gebäude chillen und dann wird die Runde nochmal zwei Jahre gehen. Ey, das kann nicht sein. Bitte, Bro. Ich würde dir 10 Euro Paypal überweisen, damit du dich jetzt zeigst. Ehrlich. Wieso ist er auch tilted oder generell die ganze Zeit irgendeine Stadt in der Zone? Ich verstehe das nicht. Er kann hier überall chillen. Das ist ja wirklich so unvorteilhaft. Ich weine. Ehrlich, ich weine. Das kann nicht sein. Ja, der Typ hat mich jetzt wieder 5 Minuten oder so gekostet, weil ich ihn nicht finde und ich werde ihn noch, glaube ich, niemals finden, weil er irgendwo in Tilted Tower schimmelt. Warum macht er so mit mir? Also, würde ich den Sinn verstehen, dann würde ich ja okay sagen, aber es hat ja von vorne bis hinten keinen Sinn. Worauf wartet er denn? Dass ich mich irgendwie auflöse und er die Runde irgendwie von automatisch gewinnt oder was? Ja, Jungs, und bei euch so. Alles klar bei euch. Und die Zone ist immer noch tilted. Wo kann er denn sein? Also, wir kriegen nach der Runde, glaube ich, auch wirklich nur noch eine letzte hin. Danach ist es vorbei schon. 15 Minuten. Das kann nicht sein. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Wirklich mental, psychisch, körperlich. Es geht nicht mehr, Jungs. Es geht nicht mehr. Wo bist du, Bro? Wo ist der? Also, würde ich hier gerade suchen und verstecken spielen? Er hätte gewonnen. 100 Prozent. So gut kann man nicht versteckt sein. Egal, jetzt Moving Zone. Wenn ich den da nicht sehe, dann bin ich wirklich ein maximaler Loser. War es ein Typ, Junge. Oder macht er Skybase? Ne, macht er auch nicht. Da! Ey, du Schwanz, ne? Du hast... Also, das hat dich jetzt zwei Jahre gekostet. Ja, und der schiebt der Faser falsch an. Ich fasse es nicht, ne? Hallo. Ach, Bruder. Also, wow, ne? Das hat... Also, das hat gerade wirklich mich locker acht Minuten oder so gekostet, nur um diesen Typen zu finden. Wir schauen wenigstens... Ich hoffe, wenigstens bin ich jetzt damit zwei Ranks oder so hochgekommen. Das muss doch jetzt reichen. Direkt irgendwie in Gold 2 oder so. Komm. Das ist ein 21 Killwin, ne? Wenn ich jetzt nicht Gold 2 Minimum bin, dann bin ich enttäuscht. Gold 1. Ey. So, wir haben noch knapp 10 Minuten Zeit und ich muss jetzt eigentlich... Oder warte, soll ich direkt raus spielen? Ne, ich geh mal Tilted. Das ist fast genau gleich. Ich warte noch ein bisschen im Bus, weil ich glaube, Tilted werden mehr mitkommen und wir haben ja nur noch 10 Minuten Zeit. Das heißt, ich muss auf so viele Kills wie möglich gehen, bevor die Runde endet. Ich glaube, wenn ich gelandet bin, haben wir noch genau 10 Minuten. Das heißt, ich muss jetzt wirklich diese 10 Minuten so gut es geht ausnutzen. Da vorne rechts ich Lama, aber der bringt mir nichts. So, Pistole. Direkt am besten ein Kill aus der Luft holen. Da. Ey, Mann, wieso connected denn nichts? Also, das ist lächerlich. Ne, das geht doch gar nicht. Wieso connected dann nicht einen Schuss, Bruder? Ich muss einfach so rein. Ich sage euch ehrlich, ich muss das Risiko eingehen. Einfach rein, komm. Einfach rein. Ich habe zwar keine Pump oder so, aber ist egal. Ich habe auch keine Mets, aber interessiert mich nicht. Wo ist er? Oh, mein. Oh. Äh. Hi. Korrekt auf jeden Fall. Ach, diese Runde gefällt mir gar nicht. Schnell, guckt euch diese Gegner an. Ich höre nicht mehr an Mucks hier. Ihr tiltet. Hier unten ist einer, glaube ich. Oder? Ja. Nice. Vornehm ist noch einer, glaube ich. Wo? Hier? Ne, ein weiterum. Nice. Egal, einfach mit 125 AP rein. Ich habe eh nichts zu verlieren. Hallo? Nein, nein, nein. Das kann nicht sein. Ich weine. Ich weine so sehr, ne? Ich weine innerlich komplett, Bruder. Das kann nicht sein. Wirklich, das kann nicht sein. Nein. Nein, das mal. Also das, Bruder. Du bist schon abgehauen. Das hat mich Zeit gekostet. Aber das, Alter, wärst du jetzt noch weiter abgehauen? Ich hätte das nicht geduldet, Bruder. So, ich höre noch Schiff die Schüsse. Dann muss ich direkt weiter. Sieben Minuten noch. Sieben Minuten. CR7. Kriech. Wo? Sieben. Wieder wegen Ronaldo, Bruder. CR7 ist go. Let's go. Ja, das Ding ist jetzt. Ich rifte quick. Wo soll ich jetzt noch irgendeinen Bray finden? Ich gehe mal aus heute hier rein. Ich muss mal Stadt zu Stadt einfach abklappern. Ob hier irgendwo noch ein Typ ist, Alter. Weil vier Kills, Bruder, und sieben 30 Leute. Da. Ich höre einen Granatenwerfer. Der Bray wird mich nicht checken, sage ich euch. Oha. Nein. Das ist nicht gut. Hier vorne ist noch einer. Ey, komm, dich, Bosch. Oh, Bro. Renn nicht weg. Wohin willst du denn? Nice. Hier vorne rechts hat noch jemand geschossen. Bruder, den Bosch auch quick. Ey, was ein kleiner... Schnell, nächste Runde. Ich muss noch schnell rein, Bruder. Ey, das kann nicht sein, dass er mir ein Wamp-Up gibt, ne? Ich weine. Sorry, da muss ich direkt lieben. Wir sind Gold 1, 92%. Hä? Haben wir gerade voll viel Plus bekommen? 92% ist doch voll krass, oder nicht? Wir waren noch bei 30 oder so. Komm, Gold 2, Minimum muss noch erreicht werden. Junge, ich rede hier von Elite. Mit was weiß ich, von was ich am Anfang geredet habe. Ey, wir sind Gold 1 gekommen, Alter. Gold 2 muss aber noch drin sein. Komm. Gold 2 will ich Minimum noch. Also, was ich in vier Minuten jetzt erreichen soll, ist mir auch ein Rätsel, Bruder. Da geht gar nichts. Wenn ich überhaupt noch im Bus komme und lande, ich muss direkt rausspringen. Was haben wir für einen Bus? Auch nur den schlechtesten Bus erwischt, den man erwischen konnte. Ja, ich gehe direkt einfach Retail, weil das ist die einzige Stadt, wo wahrscheinlich Leute landen werden. Was soll ich in Lonely Wailing? Da landet kein Schwanz. Deswegen Retail rein. Komm, ein Kill, zwei Kills, drei Kills, vielleicht noch mitnehmen. Ich versuche jetzt einfach. Komm. Ich muss auf die Uhr achten. Drei Minuten noch. Danach darf ich keinen Kill mehr machen. Nix. Den pick ich nicht. Einzige Chance. Nein. Ja. Jawohl, es hat sich so gelohnt. Zwei Minuten und 50 noch. Ich habe gar keine Zeit, irgendwie zu lohnen. Ich muss eigentlich direkt rein. Hier vorne ist, glaube ich, noch jemand gelandet. Scheiß auf viel. Schild, irgendwas. Ist mir egal. Boah. Oh. Hä? Woher kommst du denn? Mad Kid. Ich kann kein Mad Kid poppen. Ich habe keine Zeit. Hier vorne. Nein. Ich treffe nicht, weil ich zu fett bin. Warum baust du jetzt hoch, Bro? Reiß dich weit. Er will auch nicht sterben, ne? Dankeschön. Jetzt kommen noch Granaten von rechts. Zwei Minuten nur noch. Ich muss auf die Uhr achten. Wo? Wo denn? Wo kam die Granate her? Was geht jetzt ab? Oh mein Gott. Okay. Ey, Digga. Ich hole noch gut Kills, ne? Merkt ihr? Nein, 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 nein. Ey. Ich glaube, ich belasse es dabei. Ich werde eh keine neue Runde finden. Komm, ey. Ja, doch. Okay. Gold 2 nehme ich mit. Ist okay. Ich glaube, ich werde nicht noch eine Runde suchen, weil... Oha. Okay, sorry. Ich glaube, ich hätte noch höher kommen können. Mann, ich sterbe da eiskalt. Ja, der Teimer läuft jetzt auch ab in einer Minute. Ich glaube, es lohnt sich nicht, noch eine neue Runde zu suchen. Ich probiere trotzdem, aber... Ach, ich glaube, wird nichts. Ja, guck mal. Ich habe jetzt erste Runde gefunden. 20 Sekunden noch Zeit, Digga. Das können wir vergessen. Ja, 10 Sekunden können wir vergessen. Aber war auch, glaube ich, klar. Mann, ich hätte da nicht down gehen dürfen. Ich hätte safe noch 1, 2 Kills mitgenommen. 3, 2, 1. Vorbei. Egal. Was mich jetzt aber noch interessiert, ich gehe mich jetzt einfach mal kurz in dieser Runde killen, um zu gucken, ob ich trotzdem noch vielleicht ein bisschen Plusprozent bekomme oder nicht. Weil das kann ja auch immer sein. Ihr habt ja auch gerade gesehen, ich habe nicht viel gemacht und habe trotzdem Plus bekommen. Deswegen, ich gehe jetzt noch mal kurz rein und kill mich einfach. So einfach rausspringen hier, runterfliegen. Und wie ich schon am Anfang gesagt habe, umbringen. Let's go. Komm, mal gucken, ob ich Plus bekomme. Ich hatte, glaube ich, 32 Prozent. Was habe ich jetzt? Ich habe Minus gemacht. Deutschland, mein Geld ist knapp. Ich zock euch einfach ab und sag, dass ich sieben Kinder habe. Ich schwöre, ich habe auch sieben. So viel habe ich getrieben. Doch meine Kinder sind in Indien geblieben. Arbeit an!